AXI macht Sport! AXI macht Sport bei Jump25 mit den Highland Games Fans von McRothkäppchen, Dame und von den Wolfpack Highlandern. Was wird meine Challenge sein heute bei euch? Deine Challenge wird sein, einen Baum versuchen zu drehen, ein Gewicht versuchen zu werfen und ein rohes Ei versuchen zu fangen. Du sagst immer versuchen, versuchen, versuchen. Was ist, wenn ich das rohe Ei nicht fange zum Schluss? Dann hast du die Challenge verloren. Gehen wir es an. Okay, gehen wir es an, probieren wir es. Teil 1 von 3, Baum werfen. Bereit? AXI! AXI, dann geht's los! Hm? Das klingt gar nicht wahr da. AXI mit einer Weiße von 10,29m. 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 Mit diesem Zahnstoch im Vergleich zum anderen. Weiter fahren. 9,30m. 9,30m. Bitteschön. Danke, danke. Gleich jetzt weiter mit Nummer 2. Teil 2 von 3. Teil 2 von 3. Gewicht, Weit, Wurf. Bereit? Gut. Um Gottes Willen. Beim AXI eine Weite von 5,70m. 5,70m. Und beim Grießner mit einer Weiße. Ich bin 16kg. Bei 5,85m. Na ja. AXI hat mir Darm in die Luft geworfen. Trost. So. Nummer 3. Rohe Eier fangen. Bin gespannt. Eier? Bin sehr gespannt. Nummer 3 von 3. Rohe Eier fangen. Ein rohes Eier fangen. Okay. Okay. Oje. AXI. Leider. Challenge verloren. Du kriegst das. Nein, du... Okay. Highland Games. Bäume werfen. Gewichte werfen. Rohe Eier fangen. Und jetzt kommt der letzte Herder. Zum Abschluss der Highland Games ist meistens immer das Bier ex trinken. Heute mit alkoholfreiem Bier. Und ja, AXI. Wir haben uns das heute verdient, glaube ich. Ich glaube auch. Challenge zwar nicht geschafft, aber das haben wir uns verdient. Und ob ich unter dem Kilt wirklich, so wie das Gesicht gehört, nichts trage, das wissen. Ich und der Wind. Prost. Prost. Mein Kommando wird lauten, auf die Platze fertig trink. Mein Kommando gilt, auf die Platze fertig trink. Keine Chance. Keine Chance. Hat er es verliert. AXI macht Sport. Auf der Antenne.